Moin! Wir kämmen heute die von letzter Woche gefärbte Rohwolle zu einem süßen kleinen Kammzug. Dafür braucht ihr erstmal irgendwie eine Art Unterlage. Ich habe hier immer meine Wollkämmschürze an, die ich mal in einem Secondhandladen gekauft habe. Wollkämmen natürlich. Diese hier sind selber gebaut. Denn als ich angefangen habe mit Wollkämmen, habe ich gedacht, ich baue erstmal selber welche, da die durchaus günstiger waren als gekaufte und ich wollte erstmal sehen, ob mir das überhaupt gefällt. Anleitungen dazu findet ihr en masse bei Google und wenn ihr die doch auch gleich kaufen wollt, findet ihr wahrscheinlich auch einen Shop, den ihr gut findet. Dann braucht man optional dazu eine Nadel mit Haken. Ich habe hier eine alte Haarnadel genommen und dann Haken draus gebogen. Es geht aber auch eine Häkelnadel und eine Unterlegscheibe oder etwas ähnliches, in dem schon ein Loch drin ist. Gut, fangen wir auch gleich mal an. Ihr nehmt einen Wollkamm und eure Rohwolle. Und steckt sie vorsichtig, nicht mit Gewalt, ganz ruhig auf euren Kamm. Zieht ein bisschen, damit sich die Fasern lösen. Und das Ganze macht ihr jetzt, bis der Kamm in der Höhe so ungefähr ein Drittel voll ist. Das ist jetzt ungefähr ein Drittel. Sieht sehr plüschig aus jetzt hier drüben, weil sich hier auch lange Fasern verheddert haben. Und das Ganze wird jetzt gekämmt. Und zwar nehmt ihr den zweiten Kamm und haltet ihn parallel zum anderen. Also ihr kämmt am Ende so entlang oder so rum. Wenn ihr das zum Körper hin macht, passt auf, dass ihr nicht wie ich immer irgendwie in euren Körper dabei piekst. Das vermeidet ihr, indem ihr nicht reißt. Also es ist ein bisschen wie beim Haarekämmen. Wenn man lange Haare hat, dann fängt man auch unten an den Spitzen an. Und zieht ganz vorsichtig und langsam. Das machen wir hier jetzt auch, damit sich die Wolle schön kämmt. Bitte reißt wirklich nicht dran. Also hier seht ihr schon, hier hat sich das verhakt, weil ich zu tief reingegangen bin. Wenn ihr das die ganze Zeit so macht, schmerzen euch später die Handgelenke und die Schultern. Und das ist nicht gut. Also wenn ihr das die ganze Zeit so macht, dann habt ihr irgendwann mal echt Schmerzen in den Handgelenken. Und bitte vermeidet das. Also immer von den Spitzen aus. Dann geht das am einfachsten. Reißt nicht dran, wenn ihr merkt, dass es reißt. Wenn ihr hier jetzt zum Beispiel zu dicht reingeht in die Mitte, dann ist das zu fest. Dann geht wieder zurück und fangt nochmal an. Also seid da sehr vorsichtig. Das tut mir nicht ganz schön weh. So, kämmt tut ihr jetzt so lange, bis ihr merkt, dass sich hier von dem Kamm hier keine Fasern mehr übertragen lassen. Wie geht das jetzt noch so ein bisschen? Zum Schluss hin könnt ihr auch nochmal kurz in die andere Richtung gehen. So, das ist jetzt so ein Rest. Den nehmt ihr ab. Und tut den hier, ich habe hier so einen Eimer, das ist der Kadiereimer. Die Wolle kann später noch kadiert werden. So, dann nehmt ihr den vollen Kamm wieder in die andere Hand. Und wenn ihr euch für eine Kammrichtung entschieden habt, ich mache jetzt hier mal vom Körper weg, bleibt da auch bei. Dann wird sich die Haare am besten sortieren. Ich habe jetzt gerade eben auch einmal in die andere Richtung gemacht, das ist nicht so schlimm, aber macht nicht die ganze Zeit so hin und her. Das bringt nichts. Also immer schön von einer Richtung aus, dann immer von den Spitzen aus, nicht reißen. Ihr könnt das so von euch wegziehen. Manchmal, wenn ihr merkt, dass das hier so sich langsam von den Haken rutscht, könnt ihr das so runterdrücken. Oder hier mit dem Daumen so ein bisschen festhalten, damit das nicht abfällt. So, dann seht ihr jetzt hier, habe ich zum Beispiel so ein langes Stück übertragen. Da ist jetzt so ein bisschen, hier so ein bisschen Strohdreck noch mit drin. Das sortiert ihr aus, damit ihr das später nicht beim Spinnen dabei habt. Das sortieren wir jetzt hier aus, das sieht irgendwie komisch aus. So, das kann später nochmal gekämpft werden. Hier so, ihr könnt immer mal gucken, manchmal sind dann so Filzknötchen bei. Hier jetzt zum Beispiel. Und, wo kriege ich dich jetzt? Das ist auch ein kleiner. Du kannst auch raus. Äh, ich bleib nicht in den Fingern. Ich bekomme die Fingern. Ich stelle die Fingern mal beiseite. Ich stelle die Fingern. So, jetzt habe ich ein paar Mal durchgekämmt. Das Ganze ist schön flaschig geworden. Und wenn man sich das so von oben ankennt, kennt ihr noch die kleinen Figuren aus den 90ern? Ich habe vergessen, wie die heißen. So kleine Trolle waren das. Die hatten auch immer so plüschiges Haar. Daran erinnert mich das immer so ein bisschen. Zurück zum Thema. Wenn ihr wissen wollt, wann die Wolle gut genug gekämmt ist, dann schaut ihr euch die Rückseite von eurem Kamm an. Und wenn sich die Fasern so gewebt, es sieht ein bisschen gewebt aus, um die Nägel legen. Also recht stramm, dass ihr die Nägel erkennen könnt. Von der Form her. Dann ist es Zeit, die Wolle abzuziehen. Und da kommt jetzt die Unterlegscheibe ins Spiel. Und auch ein bisschen der Haken. Denn ihr nehmt euch hier die Spitzen. Und zieht hier, entweder mit dem Haken, ich mache das immer so mit der Hand, zieht euch die Faser da so durch. So, dass das aussieht wie ein kleiner Zopf. Dann haltet ihr das Ganze fest. Ich mache das immer so zwischen den Knien. Halte ich das fest. Ich habe auch noch eine Station für sowas, aber wenn man mit der Unterlegscheibe arbeitet, braucht man schon beide Hände. Ihr zieht ein bisschen an der Faser und schiebt die Unterlegscheibe nach unten. Dann zieht ihr etwas nach links. Nicht so weit. Das sagt euch das Gefühl. Dann merkt ihr, dass das schon leichter wird. Und die Fasern enden dann. Zieht die Unterlegscheibe wieder runter. Zieht ein bisschen nach rechts. Und nach hinten. Zieht die Faser schön aus. Schiebt die Unterlegscheibe wieder runter. Und zieht nach links. Wieder nach rechts. Wieder nach links. Versucht auch hier nicht mit allzu viel Kraft. Wenn ihr merkt, dass das nicht geht, so wie hier. Fasst ein bisschen weiter hinten an. Und schiebt die Unterlegscheibe nochmal zurück. Immer mit Gefühl. Vorsichtig ziehen. Denn wenn ihr zu doll zieht, dann reißt euch der Kammzug. Und dann habt ihr nur so einen kleinen Puschel, den man zwar auch spinnen kann, aber wir wollen ja einen schönen Kammzug daraus haben. So, Unterlegscheibe wieder vorziehen. Nochmal nach rechts. Nochmal nach links. So, jetzt kommen wir langsam zum Ende. Dann kann man dann auch rausziehen. Unterlegscheibe nimmt man ab. Der Rest, der jetzt hier drauf bleibt, der kommt in den KD-Eimer. Und dann hat man einen relativ gleichmäßigen Kammzug. Das kommt, also dass der perfekt wird, wie der gekaufte Kammzug, das ist ein bisschen schwer. Da braucht man viel Übung für. Aber das ist das ganze Geheimnis. Und dann noch ein bisschen zu verbringen. Und dann haben wir uns auf den Kammzug. Und dann haben wir uns auf den Kammzug. Und dann werden wir noch in der Kammzug. Wie der Kammzug. Dann machen wir das. Und dann haben wir es das ganze Geheimnis. Und dann muss das ganze Geheimnis. Und dann gehen wir noch mal einigen. Und dann können das ganze Geheimnis. Untertitelung des ZDF, 2020